Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch ein Zertifikat für Cisco-Kurse auf nettecat.com ausdrucken könnt. Dazu loggt ihr euch hier ein und klickt oben auf euren Namen, um zu eurem Benutzerprofil zu kommen. Anschließend findet ihr hier unten zwei Dokumente, die man runterladen kann. Dieses hier speichert man dann als PDF, druckt aus und lasst vom Instructor bzw. Professor unterschreiben. Das zweite, das es hier noch gibt, ist nur eine zusätzliche Bestätigung mit allgemeinen Infos über den Kurs, die man einer Bewerbung beilegen kann.